Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Riesenflötz anzunehmen bei Handelsprinz Galiwix in Zuldazar an dieser Position. Nach der Questannahme laufe ich auch hinaus und zeige euch es genauer. Es war ein bisschen falsch, aber ich glaube ihr versteht mich. Das ist auf diesem Schiff hier, das sollte euch bekannt sein. Bei dieser Quest darf man in die Instanz das Riesenflötz und den Endboss töten. Ich werde mich jetzt im Dungeon Browser anmelden als DD. Hier ist auch eingetragen, Stufe 115 bis 120. Ob man davor hineinlaufen kann, wenn man quasi hinfliegt und das Instanzportal betreten mag, weiß ich jetzt nicht. Also mit 114, 113 habe ich nicht probiert. Könnte es aber gerne machen und es in die Kommentare posten. Wie ihr seht, habe ich hier noch eine Heilerin dabei. Da sollte der Winweid mehr gehen. Könnte es natürlich auch auf normal machen, heroisch, mythisch. Wo ich aber denke, dass es nicht klappt, ist mythisch plus. Ihr könnt es aber gerne versuchen und ebenfalls in die Kommentare posten. Sein Wort gegenüber der dunklen Fürstin nicht bricht. Mogul Ratzfunk, äh, Ratzdunk, nicht Ratzfunk, darf man töten. Ich warte jetzt die Zeit bis zum Hinweid ab. Das tue ich euch aber nicht dann. Deshalb hier ein kurzer Schnitt. So, da bin ich auch schon vor dem Endboss. Wie man sieht, muss man hier gewisse Eingang einmal so im Halbkreis laufen. Und hier muss man sich anscheinend sputen, damit man hineinkommt. Weiß nicht, ob da das ein Dorf zugeht oder so. Bis jetzt noch nicht. Anscheinend geht da nichts zu. So, mache nochmal die Map auf. Wer bin ich? Über Raketzahn. Oh, aha. Ah, da wird man von seiner Rakete verfolgt. Interessant. Wie man sieht, ist keine der Fähigkeiten tödlich. Ich bin hier allerdings auch auf Normal-Dwin. Aha. Oh, oh. Wie viel Zeit hat man da? Aha, jetzt darf man es jetzt töten. Von irgendwas bekomme ich Schaden. Dafür werdet ihr bezahlen. Blatt machen. Ha, ha, ha. Blatt machen. Ha, ha, ha. Oh, ich habe ein Pfeil. Einstampfein. Der Pfeil hat mich nicht getroffen. Zerk Alabsen. So, nun geht's weiter. Pakete wieder, die wegfliegt bzw. jemand verfolgt. Aha, seine Maschine ist kaputt und nun ist es selber kaputt. Quest ist bereit zur Abgabe. Ich mache jetzt einfach mal Instanzgruppe verlassen, mal schauen, ob man gleich was auf der Map sieht, das gehört zu einer Weltquest hier, interessiert keinen, nun bin ich hier aufs Schiff gelaufen und darf anscheinend wieder unter Deck, jawohl, Quest ist abzugeben bei Handelsprin Scalivics in Suldasa, an dieser Position, auf diesem Schiff unter Deck. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen, ciao. Danke fürs Zuschauen.